So, erst mal ein Screenshot gemacht. Also, der Set war wenigstens Gold. Der war Gold, ja? Ja, guckt doch auf sein Icon. Ja, das Gold-Icon von Let's Das ist im Brenner. Wer ist denn da? Philipp. Oh, der ist Philipp. Ja, wir sind gerade in den Ingame. Nachher kommt Niklas wieder kurz an, wieder halt zappen. Was glaubst du sagen, dass wir wieder zum Lachflash wie letztes Mal? Ja, mit Philipp auf jeden Fall. Mit dreimal Ignite, Alter. Holy shit, Mann. Wirklich? Das ist doch die übelste Kill-Pressure-Lane auf Whatland, Junge. Der Bart hat keine Gleas, Leute. Können wir, können wir nur nicht mal um den Farben? Ah, Mensch. Und wir haben einen Farben überhaupt von uns. Äh. Normalerweise, normalerweise, du. Null, habt ihr das gerade gesehen bei mir? Nein. Ich war da gerade ein bisschen außerhalb des... Also, du oder ich? Du, normalerweise. Weil du mal Schaden machst. Ja, klar. Das ist wirklich gut. Ja, passiert. Du kannst halt außerhalb der Barrier sein, du kannst auch nicht weiterlaufen. Also, das Ding ist, ähm, das ist richtig OP, Alter, diese Combo. Firestar und ich haben das schon rausgefunden. Die ist echt ranktauglich, Mann. Haben wir eine richtige Runde spielen? Ja. Wir spielen schon eine richtige. Wir sind seit 50 Sekunden in-game. Du bist jetzt zu spät. Ich kenne die Straßen von Zaun, wie die Flöhe in meinem Pelz Nein, zu dritt Na ja, Niklas und du hier, seid ihr jetzt gerade nicht da gewesen Oh, wait mal, muss mal kurz was Quatsch Und den Poke in seinem Poke ist halt einfach in seinem bei uns Ich muss sogar was einstellen mit dem Code Warte mal, hab ich keinen, du kannst eine Bombe auf, also du musst eine Bombe auf dem Bild platzieren, das möglichst vorläufig ist, dann esse ich das auf, das ist ganz anders, das ist einfach, joo Direkt danach, dann schließt es los, es geht wirklich, das riecht, okay, dann haben wir, damit haben wir einen AD Carry gewollt, schottet einfach, man Oh, vor allem, ich kenne mich nur Noch geht das aber noch nicht Kick me, Noob Auf die Sorge Easy Zähle, wehrte ihm Das ist halt echt meils Alles hab ich gesagt, nee, alles hab ich gesagt Warte mal, wenn wir das für Level 2 haben, dann können wir die, auf welchen wir machen Warte auf den, auf den, auf den, auf den, auf den Noob Ah, schade Das muss ich auch besser trainieren, ist ja halt auch lustig, wenn ich dann den Stun noch reinkrieg Das wird GG Das wird GG Allgau aus dem Warwick, äh, den, 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 äh, Rango nicht geholfen Samo? Ja Der Velcro ist da Dann noch dein Bruder, und wer ist, wer ist der andere? Äh, mit dem der spielt Alter, Fabian, du kannst so nicht den, den Bringer, den das Ding machen lassen Nappel Das war's? Das so? Komm Oh my god Ich hab' mit DeathFest, den wir raten Ja, resultat , das ist besser Abi, du darfst als Top-Leiter niemals den mitleider das Ding da machen lassen Oh, wenn er jetzt drin in die Schäge bin, du wär, okay Das ist einfach so gut, das ist wirklich richtig OP, weil wir haben beide übelst das Leben und du kannst mich doch ulten, das ist noch kränkere. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meinte. Und guck mal, wir haben einen Full Tank, Support Full Tank und wir haben einen übel safen AP, Damage-Tealer. Nix, nix, we'll see you in Pumpkin, Spotlane, EU, LCS. DT. DT, Citi. Wallack. Ich hab dir mal genommen, ob ich achte, dass du den kommen kannst. Ja. Hey, du bist so selten, dass der, äh, das zeig ich schon, dass der Warwick jetzt richtig sauer, ach, der Rangor auf dich richtig sauer ist, weil du als Top-Länder bist darauf verpflichtet, ihm zu helfen im Jungle. Den Nix bist du ihm zu helfen. Pass auf, ich weiß nicht, was ich jetzt. Oh, schütt. Oh, schütt. Oh, ich saust raus. Ich komm weg. Ich komm weg, ich komm weg, ich komm weg, ich komm weg. Double King. Lull. Und ich komm einfach noch weg, Digga. Ich komm einfach noch weg. Ich hab ein Double King geholt. Ja, ich bin weggekommen. Ich hab die ganze Zeit an meinen Arsch hängen. No, no, no. Jetzt kommen 8k Gold, Alter. Holy fuck, man. Äh, Trainer, Schuhe. Hm, das ist noch nicht. Why should I cheat with, äh, ... 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 Oh lol Oh lol Oh Ist mal los leider Boop Äh lol den hättest du nicht immer vom Brauchen Eigentlich Oh lol Ich hätt' dich grad so bestücken mit dem Ding Wie viele Abwehr hast du? Äh 240 plus Warte 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 Oh lol Der hat Schaden gemacht gerade Jäger Ich hätt' Nooo Es ist halt schlimmer als die Six Lane Die Six Meiser H Lane Es ist halt deutlich schlimmer Wir sind auch mal Warden Wir dürften nicht einfach so das machen Ahja sind noch welche hinter uns Alles klar er hat den Minion getroffen und mich Mies Einfach was scheiße immer alles zu mies alter 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 Haben wir jetzt gerade Ohne Spaß den Sel Der komplett Todesgefiedert ist Einfach getötet Ja Wir sind über Ich stehe 5 Ich stehe 5 Alter ich stehe 5 Ich stehe 5 Null Unsere Lane steht 7 Null Ich stehe 5 Ich stehe 5 Ich stehe 5 Ich stehe 5 Er hat einfach vollkommen über das Dater Ränge Was denkt er sich? Wenn er sich einfach Es locker machen will Du Scheiße Null So So Hey Genau das dem What? Lol Das habe ich jetzt nicht gedacht Alter das ist so viel Schaden macht Alter Ich wollte sogar noch meine Ult Ich wollte endlich noch Ulten Aber ich habe es einfach nicht geschafft Wann kommst du schnell durch What the fuck? Jocko noch da Oh Der war weg Die können ja nicht endappen Ringer wär noch da Mach schnell was als Step Und To Das ist bitter Sprung Ringer Sprung Ringer Sprüngen Alter Wow Oh Oh Kann Mundo mit seinem Bein eigentlich mehrere Leute treffen? Das häng ab Der ist, Digga Nein Nein User in your channel timed out Bart Wie wärst du noch ausgeteimt? Ja Ich nicht Philipp Nein Wo ist das denn mit der Bomberin mit Kogoro? Samu kann äh Mundo mit seinen Beinen mehrere treffen? Nein Nein Nein, würde ich Einziehen Leitern mehr Leitern mehr Warte mal Gibt er eh noch hier Och, Alter, diese Lasten sind so ekelhaft Äh Äh Die sind Mist gewinnt Räsebart Warten durch den darf Pass auf, Set kommt, Set kommt, Set kommt, Set kommt, Set kommt, Set kommt, Set kommt Oh Deswegen bist du stehengeblieben Dummy Richard Dolly Alter Und es war jetzt klar, dass die so gute Rotations bringen, um uns zur Strecke zu... Nein, ich hab aus Versehen auf den... Oh Die kann... Die... Was macht der Velcos? User entered your channel Na, die kriegen den Tower jetzt locker, Dankeschön Oh, Mann Rengar Rengar kriegt sie nicht Proste Alter... Wie, Bust... Kann man denn, bitte schön sein, Alter Warte, warte, warte Komm, 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 komm Hol sie dir! Nee, kann nicht! Oh mein Gott! Oh lol! Oh ja, komm! Ich kann nicht durch! Nein! Komm schon bitte irgendwer! Ja, ist hier! Mach ich ja, mach ich ja! Ah, guckt nichts! Mach ich ult! Wenn du willst! Wenn du es verbrühen willst! Ah, der Junge! Irgendwas macht der Typ da! Was machst du da? Keine Ahnung, 2.000 Schubs kriegen! Proxifarm! Proxin! Was denn sonst? Ja, du brauchst mich gar nicht wegpingen! Ich weiß, dass es da nichts zu tun hat! Ja, ich wollte eigentlich den Dings pingen! Oh! 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 Fabi, komm rein! Fabi, Fabi, Fabi! Fabi, guck doch mal ein bisschen auf die Map, Mann! Oh, da ist er schnell! Oh, da rauf, da auf den Mundo! Oh, da rauf, da auf den Mundo! Oh, ich weiß! Ich weiß, dass er vielleicht bei ist, aber... Oh, jetzt holt das der aus... Nee, Sunny! Halbescheuert, der Typ! Was soll ich denn da machen, Alter? Der wär ja erstens 2 gebraucht und 2 noch nicht! Ui! Hacke! Er füchelt etwas! Oh! Nein! Ja! Hm, ich hab Angst... Muss ein bisschen... Oh, es geht mit meiner... Oh, der war schön! Es geht mit meiner raus, Alter! Mein Fade, Alter! Äh... Leu! Der ist einfach mitgegangen! Hahaha! 0-2, Digga! Fass! Er suckt richtig hart! Aber dieser Valkos ist übelst scheiße! Aber Valkos kannst du halt bloß als Mathematik-Chandid spielen! Und zackt er übelst Balls! And! Ich hab nur noch Hoffnung in dich! Muss vielleicht noch ein bisschen den Fabi, aber Fabi... Jetzt weiter, das Farben verkackt! Das ist doch klar! Das war fast! Das war fast! Fack ihn rein! Vergeltung ist genau einen Schritt hinter dir! Ich muss wieder Trenner stacken! Na... Alter, ich hasse es! Wenn ich mich neben den scheiß Minion bewegen will! Das ist schon immer wahr! Und ich da einen Minion anklicke! Jot! Rango ist gar nicht mehr so boost, oder? Ey, ich kann dir in den Mundo ja nichts machen! Das ist ja... Sein Life-Regan ist einfach... zu weh! Hey! Mein Tower ist noch da! Scheiße! Ich dachte, der wäre weg! Schon lange! Der ist noch lange nicht weg! Ich kann... Ich kann... Ich kann... Heide, kannst du mal Bombe machen? Nice! Keine Ahnung! Hinter uns, Bart! Ich bin generell da! Oh shit, Digga. Oh shit, Digga. Was denn? Was los? Nicht. Und? Bitte? Ja, auf der drauf, auf der drauf, auf der drauf. Ich hab holt ihn, ich hab holt. Ah, soll ich freistellen? Oh nein. Ohhhh. Ohhhh. Socht jemand in den Break-Wan-Break-Wan-Break-Wan-Break-Wan-Break-Wan-Break-Wan? Ja, du, 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 ich nicht. Nein! Unser Team ist so boosted, scheiße, Alter. Hab ich den Mund nur nicht mehr gekriegt. Was macht ihr denn, du? Velcour hat die Lokation sproofen können, aber nein. Man tut halt weh. Ich bin dir auch. WTF? Ja, übelst gar nicht. Was macht die Wunder? Nein! Weißt du, was wir hätten machen müssen? Wir hätten die Kraft statt zu zerstören. Wir müssen Luschen darüber gegangen und hätten locker entkommen. Ja, ich hab auch. Ach, du Schatz. Ey, Alter. Wir verlieren das Spiel gerade gegen unseren Teampartner. Äh, das ist echt traurig. Leck mich, Alter. Ich will den Versuch schon zu kehren, aber das geht nicht. Ich will den Versuch schon zu kehren, aber das geht nicht. Meine Fresse, lass uns mal groupen, bitte. Na, wenn ja eh alle auf ihrer Lane bleiben, lieber. Und die groupen? Wohlkommen. Scheiße. Ja, das ist aber nicht so gut im Gruppen. Ich muss noch ein bisschen warten wegen Dings. Wir sehen uns. Hey! Ja, genau. Hier ist jemand. Das ganze Blut, das du vergessen hast. Warte! Ja, komm, ich geh rein. Ihr geht auf mich! Als ob, Mann! Guck mal, der ist auch schon wieder da! Der ist einfach wieder da! Der ist da! Der ist einfach wieder da! Was ist das denn? Leco ist schneller! WAH! WAH! Der bricht zeitgleich so ab! Ja, wieder Fragezeichenstelle! Alle Fragezeichenstelle! Alle Fragezeichenstelle! Ja, alle Fragezeichenstelle, bitte! Ja, alle Fragezeichenstelle auf Velcos! Jawoll! Gebt dich her! Nochmal, komm! Wenn er jetzt stirbt, dann noch mal! Wenn er nicht stirbt, ist es traurig! Er hat einfach Angst! Velcos hat... Alle, mal eine Fragezeichenstelle! Oh, Alter! Oh, so Q-Teleport ist halt echt lustig! Ja, das ist gut, das ist ein Mondo, der Ult anhat! Wo? Da kann man wenig Schaden machen gerade! Ja, wir stehen 6 Teil und 4-4! Nicht so wie hier alle, Leute! Komm her! Komm her! Komm her! Ja, ihr seid zu zweit! Ja! Auf der Triple Lane! Und wir hatten... Die ganze Zeit Triple Lane! Er ist natürlich bis dann landen! Bitte! Ich bin der... Huiiiii! Was denn... So viel... Jaaa... Ich bin Maria eigentlich als zweit... Das ist meine Ehe! Oh, scheiße, Mondo! Mach's guten Posten, mein Schaden! Ähm... Pogshan halt! Richtig schöner Pogshan! Was macht der Typ? Ähm... Der queht einfach so! Und Drake? So, ich check auf die Drake... Oh! Nein, das checkst du lieber nicht! Ich kann die doch riechen, wenn wir wegmachen! Hahaha! Aber der verliert das einfach! Der verliert! Hahaha! AD Carry gegen Assassin! Verliert der! Jaaa! Ah, ist tot! Danke! Och, Mann! Du musst dich boosten! Sinn! Nö! Nein, nein, nein! Chasen! 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 Was ist der scheiß Wrangler denn, Alter? Ja, wir stehen hier! Faddis! Alter! Was gibt's denn da? Hat der dich verloren? Wow! Wow! Er hat mit seiner fucking... Ui! Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was? Ich versteh nichts! Achso, ich hab dich ja noch immer auf minus 20! So... Der lässt sich auch einfach catchen, natürlich! Sag mal jetzt was! so viel der kann so viel schaden wenn er fett ist kann er das locker ist ja sehr sehr englisch sprach nicht gelaufen das sieht man auch natürlich was als ob ich das beide holen Nö, hat er nicht. Was, Junge. Hi Drizzen. Rengar ist wieder gecatcht worden. Hey! Was machst du denn da oben, Alter? Ja, das ist die Frage, was er da macht. Pack ihn doch einfach. Der ist eh tot. Vielleicht kommt der End vorbei und der ist tot. Ist aber auch dumm, der Typ. Uh, er hat Luschen diesmal sogar gekriegt. Nö, was? Dann, dann, dann der ganz Samu. Willst du irgendwer helfen? Jo, hab dich. Okay. What the fuck? Hier, ich hab ein Mund. Ich beseh, schocken. Wetter. Schade. Eww. Hux, 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 hux. What the fuck? Hux, hux, hux. Wir müssen groupen, die sind nicht so gut im groupen, Leute. Kommt, einfach mit ergehen. Alle zusammen. Und die, die low sind, also der Velcro zum Beispiel. Und dort. Hat Arndt nicht gesehen, dass er low war. Also muss ich das sagen, das war schrecklich zu erkennen. Solange Arndt poken können, Arndt Baul Woid sagt er nach, bitte. Mach ich grade schon. Die sind Gegner, weil die so gut sind. Ich bin jetzt übrigens ready. Geht's nur mal kurz verlettern, springen wir von dir schon, und dann bin ich ready. War? War? Kann ich nicht was? Ja. Alle hingehen, oder? Äh, die ja, weiß ich ja. Das war das Spiel. Also ich geh so wieder für einen kurzen Verlettern, zwei Minuten oder Meter höher. Gleich. Okay. Dieses scheiß gecatcht wer noch immer hat. Der hat keine Wehe. Der hat keine Wehe. Der hat keine Wehe. Der hat keine Wehe. Ja, den letzten kannst du werfen. Schoko, Schoko, Schoko. Hab ich. Mhm. Egal. Passt schon. Und? Ja, das war klar. Hm. So weit. Äh, yo. Einfach nicht weg. Ja, ich kann eh nix machen. Guld. Ja, der hat guldet. Ja, der hat guldet. Ja, der hat guldet. Ja, der hat guldet. Also so. Ja, zwei machen ja bloß 700 Schaden von dem Typen. Zwei Schuriken. Zwei Schuriken. Zwei Schuriken von dem machen ja bloß 2700 Schaden. Nur. Nur. Also, der ist richtig schwach, ne? Ja. Den kosten wir am besten nicht feiten. Zwei meiner Qs machen auch 1000 Schaden. Gerade. Also, das ist halt nicht... Also, zwei meiner Qs machen zwar auch 1000 Schaden, aber das ist halt wieder was anderes. Heißt denn, Confess? Confess, keine Ahnung. Reichten. Genau. Partner. Se, genau mal. Mal gucken wir nicht. Schaden an ich muss noch an. Da wie bin ich Fahrrad. Wir vorher知 durften, so. Nein! Icha столько bin runter! Du musst irgendwie noch ein bisschen angreifen. Wir haben schon genug! ranch Myra! Da sind wir die Nebosch! cuidado! ��면 tun wir aufs wirinya oder đonnens abt-, riebenen Menschen könnte training аduks gere預 vedos Mat was Esper. Ich will nichts riskieren wegen dem Schocko Ja gut, ein normaler Watt trinkt auch was gegen Schocko, Digga Kann ja nicht unsichtbar machen oder so, der Typ Ja klar, aber pink Whatsapp nicht gekauft Hol dir Schuhe BRINGEND Schuhe Hör auf, hör auf, hör auf Habi, warum hast du keine Schuhe, man? Deswegen, ich bin einfach keine Schuhe Aber wir nicht, warte mal, wie viel sind wir? Wir sind sechs Stück, oder? Ja, aber die sind in-game Ja, aber... Das dauert doch schon recht lange Ja, die drei sind in-game und die sind erst 25 oder so Ja, dann lasst doch... geht denn wer nach der Runde auf euch? Nö, tut Und dort? Ja, aber ich will doch nicht, ich will doch nicht so zweit spielen Wir sind drei Ich will dir bis auch nicht in-game Ja, aber wollen wir da nicht lieber ein 3 gegen 3 machen, oder? Hau ab, hau ab, geh weg, geh weg, der tüttet dich Ich hätte mehr Lust auf 3 gegen 3 hat jetzt so gesplittert zu spielen und so irgendwie durchspielen Wie meinst du jetzt gegeneinander denn? Ja, okay Ja Das fände ich jetzt witziger, wenn ich ehrlich bin Ja, Leute, die... Ja Ja Dann warten wir einfach noch kurz Oh, Velcos, du penetrantes Stück Kacke, Alter Ja, der sind einfach nur sechs Leute Das ist so scheiße, dieser Renga, der ist einfach so dumm Ja, aber ich hab jetzt keine Lust, guck mal, die sind schon fast Ich meine, das ist jetzt halt blöd, dass die sechs sind, aber... Ich hab keine Worte, weil er ist auch scheiße Was? Nein, blöd, klar Okay Kein Bock mehr Obst du schäsen? Hey, Lucian, 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 ist einfach mal Er ist nicht dieser, ähm... 3 3 3 1, ähm, ist das nicht Tino? Achilles, meinst du? Achilles, meinst du? Achilles, 3 3 1, äh, 3 3 3 1, ja bei mir steht da nur ne Zweifel Ja, das ist Tino Alter, warum suchtet der sein Leben, irgendwie? Er suchtet... Naja, guck aber mal, was der spielt, der spielt nur scheiße Ich weiß, aber warum suchtet der, Junge? Warum? Warum? Vielleicht weil ihm Pumpen zu langweilig geworden ist, ich weiß nicht Ich glaub, der spielt nur LOL und pumpt, irgendwie Also wir haben jetzt ein AFKler, Rengas AFK Ja, wir sind fertig, wir haben Rengen, 3 1 Ja Ach, können wir ja immer noch weitersehen Ja, dann muss jemand von euch demnächst off Ja Nicht zwingen, deswegen Nein, geh weg von dem Der Töte, der Schocker Da komm Ich würde dich nehmen Ich stelle mich jetzt in der Base rein Er ist denn jetzt rausgegangen Er ist denn jetzt rausgegangen Meierstar macht jetzt ein Solo-Game, damit wir alle zu 5 spielen können Aber hast du den immer noch nicht? Er hat jetzt keine Lust gehabt auf den ganzen 3 gegen 3 Lass mal was, nein, hör mal auf, hör mal auf Lass mal durchpushen Lass mal durchpushen Lass mal durchpushen Fabi, hör mal auf Blech mal die Base rein Alles verkaufen und Wards kaufen? Alles verkaufen und Wards kaufen Bin ich dabei Komm Fabi Toll Murder Möhm Ein Geschorex istий nicht im Spiel Ähm ähm Da, wo hat er gar nicht Ja, geht doch klar Während Die Hü1 Mit sweating Ich glaube, dass du da bist. Ey, mach mit. Ey, kannst du so oft warnen. Ja, du hast unendlich viele Ward-Items. Lol, Arndt? Wenn du Ward-Items kaufst, hast du unendlich viele Ward-Items, wenn du in der Base stehst. Arndt? Ja? WTF? Danke. Wie, was war das? Ey, komm mal her. Komm mal her. Du bist ja grad ein bisschen salty. Ja. Einfach mal so. Just so. Meine Ward-Items wieder aufladen. Und weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, leu. Oh, jetzt hab ich das erste rausgefunden mit den Left-Tasten. Alter, please, report me for boosten. Nice Flash, Digga. Hi, Jaco. Oh, das war der Falsche. Ich will dich übernehmen. Du dreckiges Opfer! Dreckiges Opfer! Dreckiges Opfer! Da ist mir noch ein paar Watch-Stellen. Lalalalalala. Das macht echt Spaß. Ah ja, kauf mir auch von Warden-Items. Du musst, du musst da, du musst da oben. Golden, Digga. Guck mal rein. Huh! Hups! Ah, wer denn! Ich hab's nicht ausgekriegt, alter! Easy! War richtig easy, Alter. Eh, das macht Spaß, gammal, da soll ich auch noch mit dem Warding halten. He, he. Vielen Dank.